Auf geht's nach Hogsmeade. Ist nur etwas mächtiger als die dunklen Künste. Vermutlich nicht nur die Lieben. Was für ein Trotteln. 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 Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Sie sind mein Gegner im Archeoduell, Professor Ronan? Der bin ich. Auch Professoren dürfen sich hin und wieder amüsieren. Wissen Sie? Natürlich. Ich freue mich auf ein Duell mit Ihnen. Geht mir genauso. Ich spiele schon seit Äonen. Sie haben also keine Chance zu gewinnen. Sollen wir trotzdem loslegen? Bin bereit. Na, dann wollen wir mal. Wir machen alle Fehler. Habe ich sie etwa gelehrt, so zu spielen? Achio. Gut gemacht. Nun. Gut gespielt. Achio. Achio. Gut gemacht. Achio. Normalerweise würde ich Gleichstand als uneindeutig werten. Heute werde ich Ihnen jedoch so, dass Sie eindeutig talent fürs Zaubern haben. Grämen Sie sich nicht. Grämen Sie sich nicht. Ich wurde noch nie von Schülern geschlagen. Wie wär's mit noch einer Runde? Ja, gern. Ich würde gern meinen Rekord verbessern. Ausgezeichnet. Wir machen alle Fehler. Achio. Und damit haben Sie noch eine Gelegenheit zu lernen und zu wachsen. Achio. Gut gemacht. Gut gemacht. Habe ich sie etwa gelehrt, so zu spielen? Achio. 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 Boah. Wunderbar. Ein solches Können in Ihrem jungen Alter. Sehr gut. Sie haben mich in meinem Spiel geschlagen. Ich hatte einen guten Lehrer. So, so, Schmeichelei. Zugegeben nicht unbegründet. Ich nehme das Kompliment demütig an. Als neuer Akio-Duell-Champion haben Sie ein Zeichen der Anerkennung verdient. Werden Sie nur nicht übermütig. Gut gespielt im Akio-Duell. Selbst ich habe etwas gelernt. Und immer eine Freude. Früher mochte ich Verwandlung. Oh.